Wie soll sich etwas ändern? Wie soll etwas Neues kommen, wenn man nicht einmal wagt, von diesem Neuen zu träumen? Wo kommt man hin? Wie alle sagten, wo kommt man hin? Und niemand ging dich, für einmal zu schauen, wohin man kommt, wenn man ging. Sepp Toni hatte kein Licht für das Leben. Er kam nur wegen dem Namen, welcher er mit auf die Welt gekommen ist. Sepp Toni Kuhschwanz hat er geheissen. Ja, mit diesem Namen. Er hatte eine schwere Jugend. Aber immerhin fand er eine Frau. Und zusammen lebten sie auf einer Alp oben, im Berner Oberland. Aber sie waren arm gewesen, arm. Und sie haben krampft, von morgen bis am Abend. Und trotzdem ist Mehl ein Luxus geblieben. Jetzt aber einmal in der Nacht hat Sepp Toni träumt. Und es war so ein Traum. Und man beim Erwachen weiss, dass ... Mit diesem Traum ist etwas. Und so hat er beim Morgen zu seiner Frau gesagt, Und sie sagt ... Hier ... Ich habe letzte Nacht träumt. Und ich habe träumt, ich müsse nur auf Thunachen, auf die Sinnenbrücke. Und dort begegne ich mir das Glück. Jemand kommt. Und dann wäre Frau, dann wäre alles gut. Gell, Frau? Es wäre auch das Beste. Ich gehe heute gerade ... Ich gehe heute gerade auf Thun. Aber ... Die Frau hat ihn lange angeschaut. Und dann hat sie gesagt ... Es wird dir noch so passen. Ein Tag frei. Nichts. Du bleibst mir hier. Sepp Toni hat ihn nicht mehr gesagt. Und ... Ja, sie sind beide ihrer Arbeit nach. Aber in der Nacht darauf ... Hat Sepp Toni noch einmal genau denselben Traum gehabt. Ja, und dann, wie ihm das Morgen hat er gesagt ... Du, Frau. Letzte Nacht hat mir noch einmal das exakt gleiche träumt. Weisst du, mit der Sinnenbrücke zu Thunhunter. Und mit dem Glück. Und jetzt denkt es mir doch ... Jetzt denkt es mir doch dringend, dass ich auf Thun runtergehe. Gell, das meinst du doch auch? Die Frau hat noch einen Schluck von ihrem Kaffee genommen. Dann hat sie ihrem Mann angeschaut und hat gesagt ... Du Träumer. Ich muss hier nicht alles alleine machen. Träume du beim Arbeiten. Sepp Toni ist halt ja die Arbeit. Aber in der Nacht darauf ... Zum dritten Mal ... Der Tupf genau gleich Traum. Und dann ist Sepp Toni vor dem Morgen aus dem Haus. Der Berg zur Tür ab. Bis auf Thunau. Und dort ist er mitten auf die Sinnenbrücke gestanden. Und dann hat er jeden, der über die Brücke gelaufen ist, erwartungsvoll angeschaut. Jede ... Jede ... Aber die meisten haben ihn gar nicht beachtet. Oder die haben ihm freundlich zugenickt. Aber Sepp Toni hat nicht aufgegeben. Er hat gewartet. Gegen Mittag hat er dann auf einmal ein bisschen Brot gegessen. Und ein bisschen Käse. Und ... Ja ... Er war sich schon nicht mehr so ganz sicher, ob er das Richtige brachte. Aber ... Er hat sich gesagt, jetzt wo ich schon mal hier bin, bleibe ich bis die Sonne untergeht. Und er ist nicht müde geworden. Bei jedem. Und bei jedem. Bei jedem Kind. Ja sogar bei jedem Hund. Wieder zu hoffen. Und jede Enttäuschung nach dem Hoffen hat er ergetragen. Und er hat gewartet. Aber irgendwann ist die Sonne untergegangen gewesen. Und er hat auch Sepp Toni eingesehen, dass er jetzt nach Hause muss. Er hat jetzt sein Bündchen gepackt, ist ab der Brücke runter. Und da kommt einer auf ihn zu. Es war der Soldat. Der wie er den ganzen Tag, der bei der Brücke gestanden ist. Wach gehalten hat. Jetzt stellt sich der ihm in den Weg. Und sagt ... Ich habe dich beobachtet. Du hast den ganzen Tag jeden von der Oberste bis zur Unterste gemustert, als wolltest du ganz daun ausspionieren. Stangmaredo antwortet. Was hast du hier gesucht gehabt? Jetzt hat Sepp Toni zu diesem Soldat gesagt. Es ist darum so, ich habe dreimal hintereinander gleich Traum geträumt. Ich habe die Traume, die ich nur auf die Thun runtergekommen musste und hier warten. Und dann begegne ich mir das Glück. Und alles wäre gut. Jetzt hat der Soldat gelacht. Wie geht's teuer? Ich will an jeder seinen Träume nachgehen. Ja, ich träume schon seit Jahren wieder den gleichen Traum von so einem komischen Kai, der irgendwo in den Bergen oben lebt und bei dem in der Küche direkt vor dem Ofen im Boden drin sei eine Kiste voll Gold vergraben. Aber wegen dem ... wegen dem kann ich nicht das ganze Oberland nach einem Sepp Toni Kuhschwanz absuchen. Und überhaupt, wer heisst schon so? Sepp Toni ist der Kiefer runter. Die Augen sind ihm fast aus dem Kopf gefallen. Und dann hat er gerufen. Merci! Merci! Und er rief und fragte, was du gehst, was du hast zu Hause. Als er endlich zu Hause kam, war es schon feister gewesen und die Frau schon im Bett. Aber Sepp Toni hat die Schufel geholt. Und er hat bei sich in der Küche vor dem Ofen gerabt. Und er hat es gefunden. Und es geht. Eine ganze Kiste voll. Und so ist es gekommen, dass Sepp Toni Kuhschwanz, vielleicht gerade weil er mit diesem Namen auf die Welt gekommen ist, das Glück gefunden hat. Und es geht, ok? Und es geht, woher man kommt. Und sich hat die Schufel zu schauen, woher man kommt. Wie alle sagten, woher man kommt. Und niemand ging. Für einen ist gerade zu schauen, wohin man kommt. Wenn man kommt. Vielen Dank.